Und damit herzlich willkommen bei Selbstorientiert. Ich bin David und zusammen schauen wir uns heute das Thema der wichtigsten Operatoren im Deutschunterricht an. Viel Spaß beim Video. Die Literaturanalyse ist ein zentraler Bestandteil des Deutschunterrichts, der Schülerinnen und Schülern hilft, literarische Texte tiefgehend zu verstehen und kritisch zu hinterfragen. Im Zentrum der Literaturanalyse stehen die Interpretation und Deutung von Texten, die sich auf verschiedene Aspekte eines Werkes konzentrieren. Dazu gehören die Untersuchung von Schlüsselthemen und Motiven, die Analyse der Figuren und deren Entwicklung, die Betrachtung sprachlicher und stilistischer Mittel sowie die Kontextualisierung des Werkes in historischen und kulturellen Zusammenhängen. Schlüsselthemen sind grundlegende Ideen oder Botschaften, die ein literarischer Text behandelt. Diese Themen geben Aufschluss darüber, worum es im Text geht und welche Fragen der Autor aufwirft. Beispiele für Schlüsselthemen sind Liebe, Tod, Freiheit, Identität oder gesellschaftliche Konflikte. Motive sind wiederkehrende Elemente oder Symbole im Text, die diese Themen unterstützen und verstärken. Ein bekanntes Motiv in der Literatur ist zum Beispiel das Motiv des Doppelgängers, das oft verwendet wird, um Fragen nach Identität und Selbstbild zu thematisieren. Die Figurenanalyse ist ein wesentlicher Bestandteil der Literaturanalyse. Hierbei wird untersucht, wie die Charaktere im Text dargestellt werden, welche Eigenschaften sie haben und wie sie sich im Verlauf der Handlung entwickeln. Dabei spielt auch die Beziehung der Figuren zueinander eine wichtige Rolle. Man unterscheidet zwischen Hauptfiguren und Nebenfiguren, wobei die Hauptfiguren meist komplexer gestaltet sind und eine tiefere Entwicklung durchlaufen. Die Analyse der Figurenentwicklung kann Aufschluss über die zentrale Botschaft des Textes geben. Ein Beispiel hierfür ist die Entwicklung des Protagonisten in einem Bildungsroman, der durch verschiedene Erfahrungen und Herausforderungen reift und sich verändert. Die sprachlichen und stilistischen Mittel sind entscheidend, um die Wirkung eines Textes zu verstehen. Autoren nutzen verschiedene Techniken, um Stimmungen zu erzeugen, Charaktere zu beschreiben oder Themen zu illustrieren. Zu den wichtigsten sprachlichen Mitteln gehören Metaphern, Symbole, Ironie und Allegorien. Metaphern sind bildhafte Ausdrücke, die einen Vergleich ohne Wie herstellen, zum Beispiel ein Mehr von Möglichkeiten. Symbole sind konkrete Objekte oder Handlungen, die über ihre wörtliche Bedeutung hinaus auf etwas Abstraktes verweisen, wie die Rose als Symbol der Liebe. Ironie bezeichnet den Unterschied zwischen dem Gesagten und dem Gemeinten oft mit humorvoller oder kritischer Absicht. Allegorien sind erweiterte Metaphern, bei denen ganze Geschichten oder Figuren symbolisch für abstrakte Konzepte stehen, zum Beispiel die Allegorie des Todes als Sensenmann. Die Interpretation eines Textes geht über die reine Analyse hinaus und versucht, die tiefere Bedeutung und die Absichten des Autors zu erfassen. Dabei spielt auch der historische und kulturelle Kontext eine wichtige Rolle. Ein literarisches Werk ist oft stark von den zeitgenössischen gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Bedingungen beeinflusst. Um einen Text vollständig zu verstehen, ist es daher notwendig, sich mit diesen Hintergründen zu beschäftigen. Ein Beispiel hierfür ist die Literatur der Aufklärung, die stark von den Ideen der Vernunft und des Fortschritts geprägt ist und sich gegen die Absolutheit der Monarchie wendet. Die Literaturanalyse ist somit ein vielschichtiger Prozess, der verschiedene Ebenen eines Textes beleuchtet und ein tiefgehendes Verständnis ermöglicht. Indem man Schlüsselthemen und Motive, Figuren und ihre Entwicklung sowie sprachliche und stilistische Mittel untersucht, kann man die Intentionen des Autors und die Bedeutung des Werkes besser nachvollziehen. Ein weiteres wichtiges Element der Literaturanalyse ist die Untersuchung der Textstruktur und des Textaufbaus. Die Art und Weise, wie ein Text strukturiert ist, kann viel über seine Bedeutung und Wirkung aussagen. Dazu gehört die Analyse der Einteilung in Absätze, Kapitel oder Szenen, die Untersuchung des Erzähltempos und der Chronologie sowie die Bedeutung von Höhepunkten und Wendepunkten im Text. Auch die Rolle von Einleitungen, Übergängen und Schlüssen sollte berücksichtigt werden, um ein umfassendes Verständnis des Werkes zu erhalten. Die Erzählperspektive und die Erzählstrategien sind ebenfalls zentrale Aspekte der Literaturanalyse. Die Perspektive, aus der eine Geschichte erzählt wird, beeinflusst maßgeblich, wie der Leser die Ereignisse und Charaktere wahrnimmt. Man unterscheidet verschiedene Erzählperspektiven wie den Ich-Erzähler, den personalen Erzähler und den auktorialen Erzähler. Jede dieser Perspektiven bietet unterschiedliche Möglichkeiten und Herausforderungen für die Interpretation des Textes. Die Erzählstrategien beziehen sich auf die Art und Weise, wie die Geschichte präsentiert wird. Dazu gehören Rückblenden, Vorausdeutungen und innere Monologe. Diese Techniken können dazu dienen, Spannung zu erzeugen, Hintergrundinformationen zu liefern oder die psychologische Tiefe der Figuren zu beleuchten. Durch die Analyse dieser Erzählstrategien kann man ein tieferes Verständnis für die Struktur und die Dynamik der Handlung entwickeln. Die Kontextualisierung eines Textes ist ein weiterer wichtiger Schritt in der Literaturanalyse. Sie umfasst die Einordnung des Werkes in seinen historischen, gesellschaftlichen und literarischen Kontext. Dazu gehört die Untersuchung der politischen, sozialen und kulturellen Bedingungen zur Zeit der Entstehung des Werkes sowie die Analyse der literarischen Traditionen und Strömungen, in die das Werk eingebettet ist. Diese Kontextualisierung hilft, die Rezeption des Werkes durch die Zeitgenossen zu verstehen und seine Bedeutung für die Literaturgeschichte zu erkennen. Die Literaturanalyse bietet somit vielfältige Möglichkeiten, sich mit literarischen Texten auseinanderzusetzen und ein tiefgehendes Verständnis für ihre Struktur, ihre Themen und ihre Bedeutung zu entwickeln. Durch die Untersuchung von Schlüsselthemen, Figuren, sprachlichen und stilistischen Mitteln, Textstruktur, Erzählperspektiven und Kontexten, kann man die Vielschichtigkeit literarischer Werke erschließen und ihre Relevanz für die Gegenwart erkennen. Die Literaturanalyse fördert nicht nur das Textverständnis, sondern auch die Fähigkeit, kritisch zu denken und komplexe Zusammenhänge zu erkennen. Bevor es gleich weitergeht, eine kurze Unterbrechung für ein wenig Werbung in eigener Sache. Wenn du dich weiter mit diesem Thema beschäftigen möchtest, empfehlen wir dir unser umfassendes Lernheft zum Thema oder unseren Abiturkurs in Deutsch. Mit detaillierten Texten, Hintergrundinformationen und Aufgaben in allen Anforderungsbereichen kannst du dein Wissen vertiefen und dich optimal auf Prüfungen vorbereiten. Auf über 30 Seiten wirst du optimal auf das Abitur vorbereitet. Schau jetzt in der Videobeschreibung auf den ersten Link und bekomme 20% mit dem Code WELCOME. Und jetzt geht es auch schon weiter mit dem Video. Sprachliche Stilmittel sind essentielle Werkzeuge in der Literatur und Kommunikation. Sie dienen dazu, Texte lebendig, ausdrucksstark und einprägsam zu gestalten. Zu den wichtigsten sprachlichen Stilmitteln gehören Metaphern, Anaffern, Hyperbeln und Antithesen. Diese Mittel haben unterschiedliche Funktionen und Wirkungen, die es zu verstehen gilt, um literarische und rhetorische Texte tiefgehend analysieren und interpretieren zu können. Metaphern sind bildhafte Ausdrücke, die zwei unterschiedliche Dinge vergleichen, ohne das Wort wie zu verwenden. Sie verleihen einem Ausdruck eine neue Bedeutung, indem sie ihn in einen anderen Kontext stellen. Ein bekanntes Beispiel ist der Ausdruck Licht der Erkenntnis, bei dem Licht metaphorisch verwendet wird, um den Moment des Verstehens oder der Klarheit zu beschreiben. Metaphern machen abstrakte oder komplexe Ideen anschaulich und verständlich. Sie schaffen ein Bild im Kopf des Lesers oder Zuhörers, das die Botschaft des Sprechers unterstützt und verstärkt. In literarischen Texten helfen Metaphern, tiefere Bedeutungen zu vermitteln und den Leser emotional zu berühren. Anaphern sind Wiederholungen eines Wortes oder einer Wortgruppe am Anfang aufeinander folgender Sätze oder Satzteile. Sie erzeugen eine rhythmische Struktur und betonen die wiederholten Wörter. Ein berühmtes Beispiel für die Verwendung von Anaphern findet sich in Martin Luther King Jr.'s Rede »I have a dream«, in der er mehrfach die Phrase »I have a dream« wiederholt. Anaphern verstärken die Aussagekraft einer Botschaft und schaffen eine eindringliche Wirkung. Sie strukturieren den Text und erleichtern es dem Publikum, den Argumenten zu folgen und sie zu verinnerlichen. In politischen Reden oder Werbetexten werden Anaphern häufig eingesetzt, um zentrale Botschaften zu betonen und im Gedächtnis der Zuhörer zu verankern. Hyperbeln sind starke Übertreibungen, die nicht wörtlich genommen werden sollten. Sie dienen dazu, etwas besonders hervorzuheben oder zu dramatisieren. Ein Beispiel für eine Hyperbel ist der Satz »Ich habe dir das schon tausendmal gesagt«. Natürlich meint der Sprecher nicht buchstäblich tausendmal, sondern möchte betonen, wie oft er etwas wiederholt hat. Hyperbeln erzeugen eine starke emotionale Reaktion und können humorvoll oder dramatisch wirken. In Reden und Sachtexten werden sie verwendet, um die Dringlichkeit oder Bedeutung eines Themas zu unterstreichen. Sie können das Publikum beeindrucken und die Aufmerksamkeit auf einen bestimmten Punkt lenken. Antithesen stellen zwei gegensätzliche Begriffe oder Aussagen gegenüber, um einen Kontrast zu erzeugen. Ein bekanntes Beispiel ist der Satz »Es war die beste Zeit, es war die schlimmste Zeit« aus Charles Dickens »Eine Geschichte aus zwei Städten«. Die Gegenüberstellung von »Beste« und »Schlimmste« verdeutlicht die Widersprüchlichkeit der beschriebenen Situation. Antithesen helfen, komplexe Sachverhalte durch Gegensätze klarer darzustellen. Sie betonen Unterschiede und schaffen einen spannenden Kontrast, der das Publikum zum Nachdenken anregt. In Reden und Sachtexten werden Antithesen genutzt, um Argumente zu schärfen und eine eindrucksvolle Wirkung zu erzielen. Neben diesen zentralen Stilmitteln gibt es zahlreiche weitere, die in literarischen und rhetorischen Texten verwendet werden. Dazu gehören beispielsweise »Alliterationen«, »ideen« aufeinanderfolgende Wörter mit demselben Laut beginnen, oder »Ironie«, bei der das Gesagte das Gegenteil dessen bedeutet, was eigentlich gemeint ist. All diese Mittel tragen dazu bei, die Sprache lebendig und ausdrucksstark zu gestalten. Die bewusste Verwendung sprachlicher Stilmittel erfordert ein tiefes Verständnis für ihre Funktion und Wirkung. Autoren und Redner nutzen diese Mittel, um ihre Botschaften klar und überzeugend zu vermitteln. In der Literatur ermöglicht der Einsatz von Stilmitteln eine tiefere und vielfältigere Interpretation von Texten. Sie helfen, die Absichten der Autoren zu entschlüsseln und die emotionale und intellektuelle Wirkung der Texte zu verstehen. In der Analyse literarischer und rhetorischer Texte ist es wichtig, die verwendeten Stilmittel zu erkennen und ihre Funktion zu interpretieren. Dies ermöglicht ein tieferes Verständnis der Texte und ihrer Wirkung auf den Leser oder Zuhörer. Durch die Analyse der Stilmittel können die zentralen Themen und Botschaften eines Textes herausgearbeitet und die Mittel, mit denen diese vermittelt werden, verstanden werden. Ein Beispiel für die Analyse eines Textes unter Berücksichtigung der Stilmittel könnte die Untersuchung einer Rede von Winston Churchill sein. Churchill war bekannt für seinen geschickten Einsatz rhetorischer Mittel, um seine Botschaften klar und kraftvoll zu vermitteln. In seiner berühmten We shall fight on the beaches Rede verwendet er beispielsweise Anna Fern, um die Entschlossenheit und den Widerstandsgeist der Briten zu betonen. Durch die wiederholte Verwendung der Phrase We shall fight schafft er eine eindringliche und motivierende Wirkung. Auch in der Literatur findet man zahlreiche Beispiele für den geschickten Einsatz sprachlicher Stilmittel. In William Shakespeare's Dramen wird häufig mit Metaphern und Antithesen gearbeitet, um die komplexen Charaktere und Themen darzustellen. In Romeo und Julia nutzt Shakespeare beispielsweise die Metapher des Meeres der Tränen, um Julias Kummer über Romeos Exil auszudrücken. Die Antithese »My only love sprung from my only hate« verdeutlicht die widersprüchlichen Gefühle, die Julia aufgrund der Feindschaft ihrer Familie zu Romeo empfindet. Bevor wir uns verabschieden, möchte ich noch eine kleine Empfehlung in eigener Sache aussprechen. Wenn du dich weiter mit diesem Thema beschäftigen möchtest, empfehlen wir dir unser umfassendes Lernheft zum Thema oder direkt das Abiturheft. Mit detaillierten Texten, Hintergrundinformationen und Übungen in allen drei Anforderungsbereichen kannst du dein Wissen vertiefen und dich optimal auf Prüfungen vorbereiten. Und das Beste daran ist, dass du unser Lernheft jetzt mit einem exklusiven Rabatt von 20% erhalten kannst. Gib einfach den Code WELCOME bei deiner Bestellung ein und schon gehört das Lernheft dir. Schau gleich in der Videobeschreibung nach dem Link und sicher dir noch heute dein Exemplar. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und dein Interesse. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.